Vielen Dank. Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen, dass Sie heute hier sozusagen erschienen sind und wir haben nicht verbundene Interesse. Zunächst einmal möchte ich Herrn Wolf Stocker, unserem Fraktionskollegen, entschuldigen, der kann leider heute nicht da sein und der hat heute einen wichtigen Arzttermin. Und wie Sie wissen, wurde ja bereits in der Zeitung berichtet, dass Hannes Rockenbauch als OB kandidieren wird. Und aus dem Grund möchte ich mich zunächst einmal entschuldigen, dass wir so provisorisch diese Pressekonferenz einwirken. Nun gebe ich das Wort weiter an Hannes Rockenbauch. Ja, auch von mir her herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich heute hier bin und es auch Vorschlag von dem Parteifreienbündnis Stuttgart Ökologisch-Sozialfonds heute zu begründen, warum wir und warum ich zur OB-Wahl hier in Stuttgart antreten werde. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich vielleicht, und sonst kann man das nicht verstehen, noch einen ganz, also einfach einen Rückblick wage, wie es dazu kommt, dass mich die Aufgabe reizt und SOS diese Aufgabe reizt. Und dann im zweiten Part ein bisschen, was wir uns vorstellen, inhaltlich, wie wir es uns organisatorisch vorstellen. Und dann, klar, kann jeder noch Fragen stellen, wie Sie dann Lust haben. Der Schritt noch mal kurz zurück, um zu gucken, wo wir herkommen, wo ich auch herkomme, ist, glaube ich, wirklich notwendig. Sonst würde man das nicht verstehen, warum jetzt hier einer herkommt wie ich, 31 Jahre, gerade fertig mit seinem Studium und sagte, ich kandidiere jetzt hier zur Oberbürgermeisterwahl. Ich komme aus einer Familie, bei der es erlaubt war, von einer Welt zu träumen, die ohne Ausbeutung von Mensch und Natur denkbar ist. Und natürlich war das Träumen dann immer so arg bitter, wenn man dann gemerkt hat, dass die Welt doch komplett anders ist. Und es hat auch dazu gehört, dass ich dann früh gelernt habe, also wenn einem die Träume irgendwie nicht von alleine in Erfüllung gehen, dann muss man dafür was tun, dann muss man aufstehen, dann muss man hinstehen, auch notfalls, und daran arbeiten, dass es wenigstens ein Stück so wird, wie man es sich vorstellt. Das war bei mir am Anfang einfach so eine allgemeine Politisierung. Und dann habe ich mich halt auf dem Weg, wo ich angefangen habe, mich aus dieser politischen Familie heraus mit Politik zu beschäftigen, schlicht in meine Heimatstadt Stuttgart verliebt und festgestellt, dass es hier der Ort ist, wo ich dann auch schon ziemlich früh Verantwortung übernehmen wollte, ein Stück dieser Stadt heimzahlen wollte dafür, dass ich alles gekriegt habe, was ich brauche zum Glücklichsein. Und deswegen habe ich sehr früh angefangen, mich mit Kommunalpolitik zu beschäftigen. 1995 wurde ich das erste Mal als Jugendrat im Stuttgarter Osten gewählt. Und es war auch die Zeit dann, wo ich schon die ersten Reden gehalten habe gegen Stuttgart 21, da noch im Jugendrat. Die anderen Jugendlichen hatten es nicht so wirklich interessiert, Stuttgart 21 war noch so weit weg. Und ich habe immer gesagt, Leute, das wird die Stadt, in der wir dann mal erwachsen sind, so fundamental verändern, dass wir da mitreden müssen. Das hat mir aber am Anfang schon von Anfang an nicht nur gereicht, irgendwie in einem Jugendrat zu sitzen oder so repräsentativ und Vertreter zu sein. Zum gleichen Zeitpunkt habe ich mitgeholfen in der Bürgerinitiative Leben in Stuttgart Unterschriften zusammen gegen Stuttgart 21 für den ersten Bürgerantrag. Hier gegen das Projekt, das war dann 96 gegen Stuttgart 21, auch mit dem Anliegen eigentlich nur, die Bürgerinnen und Bürger müssen mitentscheiden können. Über das, was nicht nur bahntechnisch, damals war es gar nicht, da gab es immer die Bahnflicks, aber für mich war das Entscheidende damals über die Stadtentwicklung, über das, was dann dort hinten geschieht. Deswegen war es für mich völlig normal, dass ich dann 97 bei der Bürgerbeteiligung zu diesem Projekt mitgemacht habe. Das war eine prägende Erfahrung, weil dort durfte ich erleben, wie faszinierend es ist, wenn man mit Bürgerinnen und Bürgern zusammenkommt und nicht das, was ich als Jugendrat schon mitgekriegt habe, das so in so Parteischranken, Denkende und in den Schützengräben der Machtspiele sitzende Arbeiten des Gemeinderats mitkriegt, sondern einfach die Bürgerinnen und Bürger, die sich ganz zwanglos treffen und sagen, hey, wie sieht die Stadt aus, in der wir leben wollen. Das war für mich ein unheimlich kräftiges Erlebnis, da war eine Energie drin, da sind Ideen entstanden. Wenn man heute nachguckt, was wir 97 damals als Bürgerinnen und Bürger produziert haben, dann klingt das fast so, als ob jetzt Schuster oder Turner oder sowas, das einfach abgeschrieben haben, was damals 97 die Bürgerinnen und Bürger an Zukunftsvorstellungen entwickelt haben, wie ihre Stadt. Dass die Stadt eingehört, dass es sozial durchmischt sein muss, kulturell durchmischt sein, die Generationen durchmischt, kleinteilig partizieren, Freiräume, dass sich Menschen dort aneignen können, dass es eine Stadt ist, die das Klimaproblem in den Griff kriegt, die einen Beitrag leistet, dazu Energie und Ressourcen zu vermeiden. All das waren damals Themen und natürlich am Rande auch schon der Schwachsinn, dass man dazu einen Bahnhof tieferlegen muss. Dieses Erlebnis hat dazu geführt, dass ich Lust hatte, Kommunalpolitik nicht so, wie ich es als Jugendrat kennengelernt habe, sondern auf eine andere Art und Weise weiterzumachen als Bürgerprojekt. Und deswegen habe ich damals 1999 für parteilos glücklich, ich weiß nicht, ob das noch jemand von Ihnen kennt, für parteilos glücklich kandidiert. Der Name kam von mir, hat sich dann durchgesetzt, damals gegen Jan Wolf Stocker. Aber ich sage, bis heute bin ich parteilos glücklich im Herzen, dieses als Bürgerpolitik zu machen. Das hat sich bis heute gehalten und auch allen Versuchungen, Abwerbeversuchungen, Anwerbeversuchungen von, wenn man als Jünger Mensch Politik macht, ist man denen natürlich ausgesetzt, von Parteien oder auch irgendwelchen Moden, dass es gerade in ist, dass man halt Pirat ist, bis jetzt erfolgreich widerstanden und immer noch parteilos glücklich. Trotzdem haben wir gesagt, 2004, dann zu der nächsten Kommunalwahl, weil es uns parteilos glücklich wegen 10.000 Stimmen damals nicht gereicht hat, wir machen was anders. Da haben wir ein Personenbündnis geschmiedet mit Leuten aus Bürgerinitiativen. Also nicht nur aus dem Güngstkreis, sondern wirklich gesagt, hey, wir wollen als Wählerinitiative nicht mitgliedschaftlich organisiert versuchen, auf den Anschluss den Bürgerinnen und Bürgern an den Gemeinderat, an die Entscheidungen, die dort stattfinden, zu bieten. Das hat geklappt. 2003 haben wir das gegründet. Ich wurde 2004 Stadtrat. Herr Stocker hat dann angefangen, für mich im Büro zu arbeiten. Und dann war auch sozusagen der Anschluss von dem Widerstand Stuttgart 21 gewährleistet. Und wir haben, und dazu habe ich diese Zeit als Einzelstadtrat wirklich genossen, kennengelernt und erlebt, wie wichtig das ist, dass man nicht nur an konkreten Inhalten sich abarbeitet, sondern auch die Spielregeln grundsätzlich in Frage stellt. Da kommt für mich von dieser Zeit die Belegung her, wo ich sage, 60 Leute in einer Stadt mit 600.000 Einwohnern sind einfach schlicht zu wenige, die zu viel zu sagen haben, von denen sie keine Ahnung haben können, weil sie einfach nur 60 Leute sind. Und deswegen brauchen wir eine andere Form von Politik. Und das hat sich in der konkreten Arbeit von 2004 bis 2009 permanent bestätigt. Wir haben versucht, Formate zu erfinden, wie das anders gelingen kann. Da war 2007 das Bürgerbegehren, wo ich vom Anfang an im Aktionsbündnis mitgearbeitet habe, eine Form Einfluss zu nehmen, auch außerparlamentarisch den Bürgerinnen und Bürgern eine Mitgestaltungsmöglichkeit zu geben. Aus den Erfahrungen daraus, wie die Kommunalpolitik mit diesen erstmals sichtbar gewordenen Ablehnungen gegen dieses Projekt umgegangen ist, haben wir dann als nächstes Format den Demokratieratschlag gegründet. Der Motto Demokratie statt Arroganz. Es war kurz vor der Kommunalwahl, und der Ansatz wählen ist nicht genug, ihr müsst die Politik selber in die Hand nehmen, haben sich 13 Bürgerinitiativen, inzwischen sind es mehr vernetzt, zusammengesetzt und haben sich überlegt, was muss eigentlich in dieser Stadt sich ändern, dass Bürgerinitiativen nicht immer wieder, wie bei Stuttgart 21, aber auch in ihren konkreten Anliegen, ob es bei Stadtwerken ist, ob es bei Mobilfunk ist, ob es bei der Feinstaubinitiative ist, wenn sie an der herrschenden Meinung im Endeffekt angreifen, sie verändern wollen, dann stehen sie vor verschlossenen Türen. Was müssen sich für schwierigen Unternehmen? Das ist seitdem ein zentrales Projekt meiner und unserer Arbeit auch im Gemeinderat, hier das zu verbessern und das weiterzubringen. Als Fraktionsvorsitzender der Fraktionsgemeinschaft SES und Linke haben wir auch, habe ich und die Fraktion an diesem Thema weitergearbeitet, auch im, ja und dann kam eben 2010, was wo wir uns so nicht erträumt und erhofft haben, ganz unabhängig von der Frage, wie man zu dem Tunnelbahnhof steht, dass sich plötzlich in einer Art Ausbruch die Bürgerinnen und Bürger eigentlich das, was wir seit 99 probiert hätten, dass sich die Menschen direkt einmischen sollen, selber Politik mitgestalten und die Hand nehmen wollen, hat sich Massen entladen und auf der Straße gezeigt und wir haben erlebt, mit welcher Kraft, Bereitschaft, Energie zu investieren, die Leute reingegangen sind, mit welcher Kreativität und inzwischen auch mit welcher Kompetenz sie da hingegangen sind und sich Alternativen erarbeitet haben zu dem, was die wenigen gewählten oder an anderen Funktionen sitzenden, wichtigen Leute in dieser Stadt für die Zukunft vorschlagen. Und das ist wegen für mich heute ein einzigerartiger Glücksfall, wo es überhaupt nichts zu befrieden oder zu beschlichten oder zu versöhnen gibt. Man muss doch einfach dieses Geschenk, dass sich die Menschen sowohl für wie gegen Stuttgart 21 hier eingemischt haben, politisiert haben, fortgebildet haben, als das größte Potenzial für die Zukunft dieser Stadt zu sehen. Für mich ist das ein ganz zentraler Grund, warum es jetzt nicht nur Spaß macht, zur OB-Wahl anzutreten, sondern auch richtig ist, dass wir, was wir uns erarbeitet haben, was wir kennengelernt haben, das jetzt übertragen auf die ganze Stadt. Es hat sich am Bahnhof entzündet und nachdem jetzt ist es Zeit, zu sagen, man kriegt diesen Bahnhof nicht von der politischen Agenda runter, wenn man an den Kräfteverhältnissen, die sie herrschen, in der Stadt nicht insgesamt ansetzt. Also man muss in der Lage sein und neugierig genug sein, um zu entdecken, dass Natur- und Stadtzerstörung hier überall an der Tagesordnung ist. Also ob das jetzt am Gerberviertel ist, ob das Hotel Silber haben wir jetzt gerettet, aber was dort passiert ist, trotzdem liegt das Bogen mit Da Vinci, ob das, was jetzt der Bülow gerade hinter der Bolzstraße macht, in der Metropolkino macht, überall ist es anscheinend möglich, dass hier Kräfte, Investoren auftreten, die mit der Stadt machen können, was sie wollen und nach ihren Vorstellungen Zukunft in Beton gießen. Und der Gemeinderat macht wie im Arzt Dienstleister, schreibt ihn dafür die Bebauungspläne. Das ist einfach schlicht der Hammer. Genauso ist es natürlich mit der Thematik, was Natur und Zerstörung. Was leisten wir eigentlich hier in unserer Stadt wirklich auf Dauer gesehen? Dazu das globale Energieproblem, die globale Frage der Ressourcen, die Erkenntnis, dass es auf einer endlichen Welt nicht unendliches Wachstum geben kann. Was leisten wir für einen Beitrag dazu? Wir sind profitierend gerade von einer Entwicklung, die dazu geführt hat, dass wir hier in Stuttgart wie auf einer Insel der Glückseligen leben können, Energie und Ressourcen im Überspann haben, wir kriegen es billig und vertauern, wir kriegen dann teuer unsere ganzen Produkte in die Welt. Geht das auf Dauer gut? Haben wir uns dann nicht abhängig gemacht von Sachen, wo man mal fragen würde, was ist, wenn es Erdöl ausgeht mit der Automobilindustrie, werden das alles die Elektroautos dann ersetzen können? Brauchen wir nicht da auch grundsätzlich andere Mobilitätskonzepte? Den wollen wir mit dieser Kandidatur, mit dir meine ich jetzt das parteifreie Bündnis und das, was dann hinterher als Träger des Ganzen passieren soll, haben wir mal überlegt, muss man dieses Bewahren erhalten entgegensetzen? Also es kann nicht sein, dass diesem Spiel der freien Kräfte einfach die Stadt zum Fraß vorgeworfen wird. Als nächstes, und das haben wir aus Stuttgart 21, müssen wir aber ins Gestalten kommen. Also nach dem Empören kommt es Gestalten. Und bei dieser Gestaltung ist es wichtig, dass man nicht hergeht als Politiker und glaubt, man muss für alle selber die Lösungen finden, sondern dass es auch Politiker gibt und das ist mir im Wahlkampf wichtig, die sagen, Leute, diese grundsätzlichen Fragen, die es in dieser Stadt zu lösen gibt, die lösen wir nur, wenn ihr alle mitarbeitet, wenn euer Wissen, eure Alltagserfahrungen mit einfließen und gerade in die langfristigen strategischen Entscheidungen. Lustigerweise benutzen die Rhetorik jetzt fast alle in dieser Stadt. Konkret Bereitschaft dafür, auch Macht abzugehen, sehe ich nirgends. Wenn Kandidaten dann auftreten, ja, dann wird halt dann hinterher, es wird angehört und dann wird im Parlament darüber verhandelt. Das ist doch wahr. Langfristige strategische Entscheidungen müssen in der Gesellschaft verhandelt werden. Nur dann sind sie konsensfähig und auch wenn sie schmerzhaft sind, sind sie auch damit tragfähig. Wenn es die Leute begriffen haben, durch ihre eigene Erfahrung, Erlebnis, durch das Verantwortungsgefühl, das sie entwickelt haben, wenn sie Verantwortung übertragen gibt. Also, bei den Gestalten geht es uns auch darum, das werden Sie im Appell sehen, dass wir nicht fertige Konzepte, sondern dass wir eine Einladung machen. Dass wir nicht nur von Bürgerbeteiligung reden, sondern dass wir sagen, auch diese Phase, diesen OB-Wahlkampf wollen wir nutzen für ein Beteiligungsexperiment. Dass die Inhalte nicht nur, wie man das gängig sagt bei Parteien, wir nützen jetzt die mediale Aufmerksamkeit, dass sie alle da sind, dass ich jetzt so lange reden darf. Das ist Standard. Nee, wir wollen, dass die Leute anfangen, die Sachen zu diskutieren, die Probleme in dieser Stadt zu diskutieren und einen Beitrag dann eines eigenen politischen Verständnisses auf Alternativen beruht. Und dann als letztes, das Verändern. Das hat damit ganz viel zu tun. Wir müssen die Spielregeln in dieser Stadt grundsätzlich verändern. Wir müssen, und das wird nicht funktionieren, ohne dass sich auch Leute hinstellen und getrauen, mal zu sagen, hier, lieber Investor, kriegst du diese Imbrühe, diesen Bebauungsplan nicht. Und hier sind wir zum Beispiel bereit, beim Bürgerhaushalt die Bürgerinnen und Bürger wirklich mitentscheiden zu lassen und uns als Stadt dafür einzusetzen, dass die Gemeindeordnung geändert wird, dass die Spielregeln so geändert werden, dass die Bürger das auch dann verbindlich können. Das können sie bis jetzt noch nicht. Und da braucht es Kräfte, die nicht nur sagen, wir müssen den Leuten erklären, dass sie nichts zu sagen haben und dass wir nur ihre Ideen wollen, so wie es gerade immer läuft, sondern dass es wirklich hinterher zu verbindlichen Entscheidungen passiert, sonst wird sich auf Dauer bürgerschaftliches Engagement nur in bestimmten politischen Kreisen abspielen, wo die Leute die Zeit haben, wo sie das Wissen dazu haben. Wenn man aber will, dass die gesamte Stadt sich beteiligt, dass sich also alle sozialen Schichten daran beteiligt, dass sich Leute mit Migrationshintergrund beteiligen, dann müssen wir wirklich darin die Möglichkeit sehen, dass sie ihr Lebensumfeld mitgestalten können, und zwar verbindlich. Dann darf das nicht ein Experiment sein oder einfach die Bürgerbeteiligung, die 97, nett, dass wir uns unterhalten haben und wir haben schöne Ideen, die dann irgendwann mal zehn Jahre später ein OB abschreiben kann. Nein, dann muss daraus auch was folgen. Nur dann kriegt man das hin, dass sich, glaube ich, breit alle an dieser Stadt beteiligen. Und sie werden es nur tun, wenn sie auch den Rücken frei haben von existenziellen Kämpfen. Und dann haben wir als Stadt, gerade als zentrale Stelle, wo wir Daseinsvorsorge und Teilhabe für die Bürgerinnen und Bürger garantieren, eine enorme Verantwortung. Also wie gewährleisten wir nicht nur den politischen Anschluss, sondern dass auch die Leute die Bildung haben, die sie dazu brauchen. Dass sie die Mobilität kriegen, die sie brauchen, um sich in dieser Stadt zu bewegen. Dass sie befreit sind von dem, dass sie eine Wohnung suchen müssen, dass uns immer noch in so einer reichen Stadt 3000 Wohnungen fehlen. Das kann schlicht nicht sein. Oder dass sie niemanden haben, der ihre Kinder qualitativ hochwertig nicht nur in Verwahrenstalten betreut, sondern so, dass sie dann eben auch mal Zeit haben, Verantwortung zu übernehmen in dieser Stadt, Leben, Beruf, das hinzukriegen. Da müssen wir als Stadt Verantwortung übernehmen und Teilhabe und solidarisches Miteinander für alle zu gewährleisten. Das kann und das ist vielleicht nur funktionieren in dieser Stadt, können wir zwei schaffen. Ein Prozess, der nicht nur im Parlament verordnet wird, wo sich die Bürger beteiligen und zweitens, und das ist ein inhaltlicher Punkt, jeder, der eine ökologische und soziale Entwicklung dieser Stadt will, der muss Stuttgart 21 konsequent auf allen Ebenen verhindern. Dieses Projekt kannibalisiert die Entwicklungschancen und Beteiligungsmöglichkeiten auf allen Ebenen. Wer jetzt irgendwelche Versprechungen macht, nicht machen will, sondern mit den Leuten zusammenentwickeln will, wie stellen wir uns Kinderbetreuung vor, wie stellen wir uns die Teilhabe vor, ein Recht auf Wohnen vor, der muss sagen, wie er es finanzieren soll. Und das kann er in dieser Stadt schlicht nicht, wenn er den zukünftigen Generationen nicht bis ohne übers Ende Zinsleistungen an irgendwelche Banken aufbürgen will. Er kann es aber, wenn er sagt, wir steuern um, wir gehen weg von der Betonpolitik, wir investieren in Kultur, in Bildung, in Teilhabe, Stadt Stuttgart 21, Stadtbeton. Schlagartig, Nullverstuldung, wir hätten Spielräume in diesem Haushalt und wir haben Kräfte frei, uns der Gesamtstadt zu widmen. Statt sich jetzt zu stürzen auf eine Insel, die man dort hinten plant, zu sagen, wie sieht es denn mit der CO2-freien Stadt insgesamt aus? Also nicht nur, wir machen da ein bisschen Green City irgendwo schwimmend auf einer Insel, da kann ich Ihnen sagen, als diplomierter Architekt dem Stadtplaner, das funktioniert nicht, was die da hinten vorhaben, so ein Modellprojekt. Das ist die perfekte Gated Community, Zaun, hochwertiges Wohnen und ein bisschen Modellcharakter, ein paar Solarzellen drauf und dann war es das. Das kann doch kein Anspruch sein für eine politische Vision, die diese Stadt wirklich so vorwärts bringt, dass wir nachhaltige Energie und Rohstoffprobleme und das soziale Problem lösen. Und dafür hätten wir Ressourcen. Also uns um den Bestand zu kümmern, um die Menschen, die hier sind, zu kümmern, die hier leben und ihn nicht im Risiko auszusetzen, dass er mit Stuttgart 21, mit Stadt, Naturzerstörung, mit zusätzlichem Verkehr, zusätzlicher Gebäudemasse, die das Klima für alle hier Lebenden bedrohen wird, zu quälen. So, wie wollen wir das jetzt das Ganze, Sie haben jetzt ein ziemlicher Rundumschlag gewesen. Wir stellen, oder ich stelle mir das vor und es war auch sozusagen was, was wir lange und ausführlich diskutiert haben, ein Prozess zu dieser OB-Wahl vor, der nicht alleine getragen wird von einem parteifreien Bündnis wie Stuttgart Ökologische Zahl. Eine nichtmitgliedschaftliche organisierte Wählerinitiative kann das gar nicht. Was uns vorschwebt, ist es, dieses Experiment, ein Beteiligungsprojekt zu wagen. Wir rufen also mit dem heutigen Tag auf, und dazu dient dieses Flugblatt, eine Personenwählerinitiative zu gründen, die jeder unterstützen kann, bei der jeder mitarbeiten kann, die die Kandidatur und die inhaltliche Diskussion unterstützen soll. Wir wollen nicht nur einfach PR und Wahlkampf machen, sondern wirklich mit diesen Wählerinitiativen und mit dem, was wir in SS schon an Aktiven haben, an Kontakt mit Bürgerbeteiligungen, versuchen, in die Stadtteile zu gehen. Also von dort die Politik des anderen Stuttgarts zu entwickeln und aufzubauen und dort auch Bürgerbeteiligungen im Endeffekt zu geben. Das ist der Charakter, ob uns das gelingt, wissen wir nicht. Wir sagen ganz oft, wir machen diesen Aufbau dieses Bündnisses, der ist uns wichtiger wie jetzt, dass wir gleich mit rundum fertigen Materialien oder PR auftreten. Wir laden ein, auch da die Leute schon mitentwickeln zu lassen und haben da nicht alles fertig. Das ist unser ernst gemeintes Konzept der Beteiligung. Ab heute kann man sich auf Facebook, über die Homepage, über den Appell per Post mal melden, wer man mitarbeiten will, wer man mithelfen will. Das muss nicht nur finanziell sein, lieber ist es uns, so haben wir das Schätzen gelernt, in den letzten Jahren, wenn die Leute wirklich mit ihren Ideen reingehen, mit ihrer Kraft und Zeit da reingehen in den Prozess. Die Phase wird ein Weichen dauern und dann gehen wir als nächstes in die inhaltliche Diskussion. Und dann irgendwo, wo man ganz am Ende soll, dann auch, natürlich kommt dann auch bei uns Wahlkampf, aber das ist alles noch nicht fertig entwickelt, da kann man noch mitgestalten. Das ist das, wie wir es uns vorstellen. Ich glaube, jetzt glaube ich, es bleibt jetzt die Nachfragen bei dem, allem, was ich jetzt kurz anweisen kann. sehr getraut sind. Herr Schwarz, ich glaube, Sie haben das jetzt so schildert, also das Ganze, da kann ich gewesen, gerne in der Entscheidung, so die Wahl zu drehen. Sie haben aber vorhin gesagt, dass es nicht nur bei den KMD in dieser Reise und ja, das ist so, dass es nicht mehr kann. Also ich habe zu dem Zeitpunkt, und das war glaube ich ein Missverständnis, gesagt, ich trete, das stimmt nicht, dass ich antrete. Ich habe nicht gesagt, das stimmt nicht, ich werde nie antreten, sondern da war die Entscheidung schlicht nicht und da haben wir wirklich jetzt viel Zeit drauf verwandt, was ich vorher meinte. Wie kriegt man sowas hin, was nicht einfach nur am Ende eine Wahlkampffschlacht sein soll, sondern das ist ein Beteiligungsrecht. Wir mussten einfach mit vielen Initiativen, mit vielen Menschen in dieser Stadt vorher reden und das haben wir gemacht und wir haben gemerkt, dass da eine Bereitschaft da ist, nicht nur eine Kandidatur von mir zu unterstützen, sondern sich mit Inhalten einzubringen. Dass da es möglich ist und das wollen wir jetzt eben wagen, dass dort mehr draus wird, und dass da Kontakte, Vernetzungen und inhaltliche Diskussionen stattfinden, die auch über die Wahl hinaustreten. Dafür haben wir jetzt viel Zeit verwandt und das war zu diesem Zeitpunkt nicht klar. Das war am zweiten Ratschlag. Da hat dieser Prozess begonnen und ich habe an einem Punkt, das sage ich offen, dazugelernt. Ich glaube, und das sage ich auch ganz offen, ich war damals beim zweiten Ratschlag noch der Meinung, dass wir einen offenen und der Prozess der Kandidatenfindung der Bewegung brauchen. Inzwischen bin ich der Meinung, dass es wichtig ist, für die außerparlamentarischen Bewegungen der Stuttgart 21 komplett unabhängig zu bleiben von dieser OB-Weihgeschichte. Leute können mit Energie, mit Power da reingehen und mit ihren Inhalten, mit ihren Kompetenzen, die sie sich erworben haben, das ist ja klar. Sie haben auch mit mir eine wirklich wählbare Alternative, die sagt, ich werde alles tun, um Stuttgart 21 zu verhindern. Aber es ist keine Widerstandskandidatur. Und das war eben auch noch in der Findung. Gibt es sowas? Ist sowas richtig? Inzwischen glaube ich, dass es richtig ist, die Bewegung ist zu vielschichtig, zu bunt und zu breit auch und zu überparteilich, dass es jetzt den einen, die eine Widerstandskandidatin geben könnte. Und ich finde es auch richtig, dass es von Anfang an klar ist, und das habe ich versucht, jetzt nur anzureißen, sehen mehr Ansatzpunkte auch in unserem Flyer, dass es um das Übertragen geht, Natur-, Stadtzerstörung, Demokratie- und Sozialabbau, auf die Gesamtschaft. Also dieser Fokus ist wichtig, dass man einfach wirklich sagt, wir kümmern uns, und das wollen wir mit der Wähler-Initiative, wirklich um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in allen Punkten, und nicht nur bei diesem schädlichen Tunnelbahnhof-Projekt. Sie haben anfänglich gesagt, Sie kommen aus einer Familie sehr freundler Lautform. Ich frage Sie einfach mal, von wo kann, sind Sie ein Freund? Ich glaube, dass wenn man, das Schwierigste, und darauf bin ich stolz, dass das erhalten geblieben ist, ich muss das kurz erklären, ich habe 93, war ich in der Vorbereitungsgruppe vom Naturweltkinderwirt. Das war so einfach, Politik. Wir haben mitgekriegt, dass unsere Art und Weise zu leben und zu produzieren, das Leben aller Menschen auf diesem Planeten gefährdet. Gut, wir haben viel Geld, uns geht es hier gut, die Folgen kommen woanders, aber dass das irgendwie nicht okay ist, wenn wir auf Kosten aller Menschen leben. Das war so einfach. Wir haben uns hingesetzt, 93 haben gesagt, gut, kein Haus, das gebaut wird, darf mehr Energie verbrauchen, wie es selber herstellt. Das war 93. Das war, da war, ist man mit einer gewissen, ja, das muss man ändern, das ist doch völlig logisch angegangen. Jetzt habe ich gelernt und festgestellt, dass es in der Politik nicht so ist. Ich weiß genau, warum die Spielregeln so sind, dass sowas nicht stattfindet, weil einfach jemand Interesse daran hat, dass es nicht so ist, weil er mit dem alten, Ausbeuterischen von Natur und Mensch einfach noch richtig viel Geld verdienen kann. Das heißt, trotz dieser Erfahrung, das ist die Antwort, habe ich mir nicht diesen Impuls abgewöhnt, und dass Politik eigentlich, wenn wir sie verhandeln unter Menschen, ganz einfach ist. Das Schwierigste ist nicht, sich das Träumen abzugewöhnen und völlig zu verblöden in irgendwelchen Alternativloslogiken, wie wir sie jetzt zum Beispiel seit dem 27.11. erleben, im Punkt durch Stuttgart 21. Wenn der Demokratie aufhört, zu träumen und nachzudenken und über das Beschlossene in Frage zu stellen, der hat, glaube ich, nicht das begriffen, was spannend ist und was richtig Spaß macht in der Demokratie, dass es ein gemeinschaftlicher Prozess des Lernens und Vorwärtskommen ist. Und da muss man sich entwickeln. Nur Träumen entdecken darf man nicht aufhören. Das ist eine, glaube ich, richtig unnötige Frage. Ich trete doch an mit einer Programmatik, mit Inhalten, mit einer Vorstellung, was man anders machen will. Und jetzt hier rum zu spekulieren, weiß ich nicht. Das überlasse ich komplett den Wählern. Wir werden daran arbeiten, dass sie ein Angebot zum Mitmachen haben, dass sie gute Inhalte haben, aber über jetzt taktische Erwägungen, ob man Chancen hat, welche Chancen hat, wie groß ein Potenzial ist. Das wird man sehen und das überlässt man mit der Überzeugung, die wir antreten, auch den Wählern ein Stück weit. Das kann nicht im Vordergrund stehen, wenn man sich entscheidet zu so einem Projekt. Jetzt haben Sie gerade selber gesagt, Sie wollen nicht der einzelne Widerstandskandidat sein. Es gibt zumindest eine Antwort. Und da wird aus dem Umfeld des Widerstandes, darf ich jetzt mal, nehmen Sie sich gegenseitig die Stimme weg, konkurrieren Sie nicht für das gleiche Klientel. Also ich finde es toll, dass einfach, und das meine, dass in so einem Land leben, wo einfach jeder machen kann, was er will, jeder hat das Recht dazu. Und deswegen finde ich das völlig okay. Und ich trete jetzt nicht an, und das habe ich jetzt versucht, so mit vielen Worten zu machen, weil ich sage, es geht um möglichst viel Stimmen. Das ist nicht das Ziel. Es ist das Ziel, diese OB-Wahl zu nützen, dass wir einen Beitrag leisten, die Energie, die Kraft, die Kompetenz, die sich gezeigt hat in den letzten Jahren, zu einem grundsätzlichen Politikwechsel beiträgt. Das ist das Ziel. Und wenn die Leute sagen, hey, das ist so toll, das ist so cool, das ist so frisch, das ist neu, dass wir das auch wählen, dann freuen wir uns. Uns ist es aber wichtig, dass die Leute selber in diesem Prozess Lust kriegen, mitzumachen, mitzugestalten und also nicht ihre Stimme einfach abgeben. Deswegen finde ich die Frage, deswegen war das, wie viel Prozent kriegt man, wie viele Stimmen, wenn nimmt man Stimmen weg, das ist zweitfandig. Ich würde ja schon mal nachfragen, für ein gewissen Wagen, das ist ja auch schon zweitfandig, das ist zweitfandig. Aber wenn es die zweite Frage kommt, ist denn köttlisische Frage, ob sie tatsächlich sehr wichtig haben. Ja. Es ist mir egal, ob es jetzt absehbar ist, dass es schon wieder ist, wie es ein Kontor, ein Parteienbeschüsse, eine Maschinenführe, ein Parteienbeschüsse, aber auch das ist ja spekulativ. Ich sage, auch das ist ja spekulativ. Das sehen wir nach dem ersten Wahlgang. Deswegen ist es richtig, dass man sich im ersten Wahlgang mit allen in der Wähler-Initiative hinguckt und überlegt, was machen wir jetzt. Und das werden wir machen. Aber das machen wir nach dem ersten Wahlgang und nicht im Voraus. Was klar ist, ist, dass wir ein Interesse haben, dass es einen grundsätzlichen Politik wechseln wird. Das ist ein Kriterium für die Beratung, die nicht stattfinden, aber die Beratung findet nach dem ersten Wahlgang statt. Und da gehen wir schon so selbstbewusst rein und sagen, das sehen wir da. Und zu spekulieren, wer jetzt wie viele Stimmen kriegt oder wer den Stimmen wegnimmt, das liegt uns zum Indestwerbe. Sehen Sie denn aus der Sicht eine Kandidatin oder eine Kandidatin, dem Sie hinzuschreiben würden, dass der auch ein Prozess in der Politik wechseln wird? Ich habe da auch, um diese Frage zu beantworten, muss ich Ihnen wieder etwas Ähnliches sagen. Ich kann es schlicht nicht beurteilen. Das wird man nach dem ersten Wahlgang sehen, nach diesem Wahlkampf sehen. Sie haben einen Vorteil bei mir. Ich mache seit 2004, seit 96 Jahren Jugendrat, als 2004 hier Kommunarpolitik. Sie können mich verharten für meine kommunalpolitische Arbeit. Das kann ich bis jetzt mit keinem einzigen Kandidaten. Ich weiß schlicht nicht, was die kommunarpolitisch wollen. Ich kann sie, ob ich jetzt anfange, sie an ihren Versprechungen zu beurteilen, das ist auch ein bisschen gefährlich in der Politik, allein an Versprechungen zu beurteilen. Man muss es eigentlich in der konkreten Arbeit. Und da kenne ich die einfach nicht. Da weiß ich nicht, was sie gemacht haben. Sie waren schlicht ja nicht hier in Stuttgart. Also ich mache jetzt so lange Politik und bin da nicht schlau geworden. da draußen. Deswegen wird sich die Frage mit der Erfahrung, die wir jetzt sammeln in der gemeinsamen Auseinandersetzung und vielleicht mit Gesprächen, die man nach dem ersten Wahlgang führt, dann erst entscheiden können. Das haben Sie ja auch gesagt, zu den Studiengängern in Stuttgart eigentlich sollte sich dafür engagieren. Und da können wir das schon mit der Meisterschaft sich verhindern. Und dann haben wir ja eine Vollzeitstimmung. Wie auch in Stuttgart, der Mehrheit, das ist das Projekt, der ja nicht sehr gut ist. Man sieht, dass das Land aus der Mitfinanzierungsabschiede und das andere jetzt weitergehen wird. Wenn Sie da jetzt im Wahlkampf dagegen antreten, wird Ihnen der Vorwurf gemacht werden, Sie akzeptieren, das Ergebnis von der Stuttgart. 2021 ist nicht zustande gekommen. Jetzt kann ich jetzt, trete ich doch nicht auf und gehe raus und sage, dieses Gesetz gilt. Ich würde niemals irgendwie sagen, ja doch, das Gesetz gilt doch, weil halt 47 Prozent die Mehrheit sind oder so. Das mache ich nicht. Ich mache nur einen Fehler nicht. Dass ich hingehe und die Entscheidung, die auf Landesebene getroffen wurde in einem Gesetzgebungsverfahren und ein Gesetz, das nicht zustande gekommen ist, als Maßstab meines politischen Handelns für die Kommunalpolitik mache. Wir leben doch in einem Land, wo es einen Föderalismus, wo es eine Aufgabenteilung gibt und ich verstecke mich doch nicht hinter Entscheidungen, die anstelle eines, das ist ja Sinn im Endeffekt von Volksabstimmung, anstelle des Landesparlamentes beschlossen. Seit wann sagt mir das Landesparlament als Stadtrat oder als Oberbürgermeister, was ich zu tun und zu lassen habe? Also Stuttgarter Bürger, was haben die gesagt? Stuttgarter Bürger, was haben die gesagt? Die sind im Interpretieren. Das kann man gerne machen, wenn man die Debatte über Stuttgart 21, wo ich eine große Einigkeit bei allen etablierten Parteien sehe, zu beenden. Dann kann man das machen. Dann kann man eine Entscheidung über den Ausstieg der Finanzierung dazu nehmen, um zu sagen, die Debatte ist beendet über Stuttgart 21. Ich bin mir sicher, und da ist der Wahlkampf bis Oktober noch lang genug, nachdem wir jetzt erleben, dass die Bahn AG nicht mehr abreisen kann. Dass es Grundwassermanagement nicht im Griff hat. Dass es die Planung auf den Filtern nicht im Griff hat. Dass dieses Projekt nichts leistet. Stresstest, Manipulation, dass es erschlichen ist. Und ganz wichtig für die Stadt Stuttgart, es ist nicht finanziert. Die Stadt Stuttgart hat im Haushalt nicht genug Geld eingestellt, um dieses Projekt zu finanzieren, wie es heute kostet, nämlich offiziell, wir bezweifeln das, aber jetzt nehme ich die Bahn, zahlend 4,3 Milliarden Euro. Dafür fehlt im Stadthaushalt das Geld. Das heißt, es geht nicht um die Frage, ob ich irgendwo als Bürger will, dass das Land dort seine Finanzierung aufrechte. Es geht schlicht um die Frage, will ich ein Projekt, das nach der Volksabsprung, durch Stresstressmanipulationen, durch erneute Betrachtung der Leistungsfähigkeit, durch Kostensteigerungen, die ja jetzt wieder offensichtlich geworden sind, durch so Sachen wie, dass jetzt plötzlich beim Grundwassermanagement die Risiken doch höher sind, die Bahn AG plötzlich doch irgendwo, also die Planung nicht im Griff hat. Durch all das, was nach der Volksabstimmung passiert ist, geht es darum, das einfach vom Tisch zu wischen und zu beenden, oder das nicht, und das meinte ich vorher, man darf nicht aufhören zu denken in der Demokratie und die getroffene Entscheidungen in Frage zu stellen. Wenn man das macht, dann ist man irgendwann, verpasst man das, dass die Welt sich verändert hat, die Menschen sich verändert haben, die Fakten sich verändert haben, und man steht immer noch da und sagt, ja, wir haben doch da mal auf irgendeiner Ebene, irgendwann haben wir eine Entscheidung, die nehme ich jetzt für mich verbindlich. Das heißt, an dem Punkt, was hier konkret die Stadt betrifft, von Stadtzerstörung, von Naturzerstörung, von Mineralwasser, von können wir ein Projekt finanzieren, das in Planrechtfertigung, meiner Meinung nach, komplett entfallen wird, und wir arbeiten daran, das jetzt auch für den Fehlerabschnitt nachzuweisen, dass die Leistungsfähigkeitsversprechen schlicht nicht treffend, wo wir als Gemeinderat einen Beschluss gefasst haben, und seine Finanzierung zu beteiligen, hat man uns versprochen, 50% Leistungssteigerung. Also ich muss nicht mal die 30% anzweifeln, oder sowas, 50 und 30% ist schon fundamental. Wo wir gesagt haben, wir investieren da drin, wir erlassen der Bahn, da geht Zinsen. Haben Sie uns versprochen, 50% Leistungssteigerung. Bin ich bereit, dafür mehr Geld in die Hand zu nehmen? Da gibt es einen großen Konsens, der von den Grünen, der SPD, bis zum jetzigen Oberbürgermeister leistet, wenn mehr Geld aus dem städtischen Haushalt notwendig wird, müssen die Bürger das entscheiden. Tja, ich sehe davon nichts, das werden wir jetzt als Fraktionsgemeinschaft im Übrigen in den nächsten Wochen noch mal zum Anlass nehmen, da genau das zu beantragen. Wenn ihr das ernst meint, eure Versprechen, bitte, dann braucht es jetzt sofort ein neues Bürgerbegehren, einem Bürgerentscheid, diesmal in keinem Begehren, sondern von euch aus. Risikostufe 3 ist nicht finanziert. Woher kommt das Geld? Seid ihr bereit, trotz aller neuen Fakten, mehr Geld zu finanzieren? Herr Schwarzmann, muss nur nachlesen. Dann sieht man, Risikostufe 3 hat die Stadt Stuttgart keine Rücklage für gebildet. Noch lustiger ist, dass Risikostufe 3 ein Risiko bis 1,32 Milliarden Euro absichert und keins bis 1,5 Milliarden. Wir sind jetzt aber bei den 1,3 Milliarden schon und wir reden immer über Kostendeckel. Das ist für die Stadt Stuttgart nicht die richtige Debatte. Sie muss schlicht entscheiden, habe ich das Geld, habe ich es nicht und ich habe es nicht. Schon bei den jetzt offiziellen Kosten und damit sind wir entscheidend. Hebel noch mal mehr Geld? Ja, nein. Wie sieht es mit der Planrechtsfertigung aus, mit der Leistungsfähigkeit? Stimmt das, was wir damals investiert haben dafür? Wie steht es mit der Mischfinanzierung? Beteiligen wir uns an sowas? Ist es gerecht, unseren Aufgaben gegenüber so ein schädliches Projekt für die Gesamtentwicklung der Stadt zu unterstützen? Kann es kein Interesse geben? Da müssen wir raus, da haben Bekündigungsgründe und das kann ein Oberbürgermeister zum Beispiel juristisch überprüfen. Das ist seine Aufgabe. Nicht Deube permanent beauftragen, um Bürgerbeteiligungsprojekte zu verhindern, sondern wo sind die Hebel, dass man aus solchen Fehlentscheidungen wie 95 getroffen wurden, wieder rauskommt. Und wenn die anderen darauf keine Lust haben und sich hinter der Volksabstände verstecken, ich glaube, in Stuttgart gibt es genug Leute, die genau auf das Lust haben. Da steht hinter Ihnen ja kein Parteiapparat, der Ihnen das so gibt für den Wahlkampf. Wird sich der ausschließlich über Spenden finanzieren und wird er sich unterscheiden in Punkto Materialschlag von den anderen? Wir können nun machen, was wir auch hinkriegen, sowohl an dem, was ich als Bürgerbeteiligungsprojekt meine, wie auch finanziert. Ganz sicher ist, dass bei uns, dass wir nicht das Geld haben, nicht den Apparat haben, nicht die Verbindungen haben, wie das andere Parteien haben, aber das hat uns noch nie gestört und abgehalten davon, unseren Beitrag, unsere Ideen in Debatte zu werfen, die wir für richtig halten. Und es ist ganz sicher, dass ich es im Endeffekt unterscheiden will. Massiv unterscheiden will. Wir haben aber auf der anderen Seite auch erlebt, in den letzten zwei Jahren, dass viele Bürgerinnen und Bürger, wenn sie ein Projekt für sich als sinnvoll begreifen, mit einer wahnsinnigen Power reingehen. An Arbeitszeit und auch an Geld. Also Sie werden nicht vom Straßenrand glichen, großformatig. Also bis jetzt haben wir nicht das Geld dazu. Ich glaube, es ist auch nicht richtig. Sie können ja einen Verein gründen, um den Spenden zu arbeiten. Also ich weiß nicht, wo man einen Verein gründen. Also das sind genau so Sachen, die wir jetzt am Prüfen sind. Wir haben eine nicht mitgliedschaftlich verpasste Wählerinitiative, Stuttgart ökologisch-sozial. Und so ein Konzept stelle ich mir auch vor. Das ist genau so, wie eine Partei dann unter all die Sachen fällt, wie die Grundlagen, da einen Verein zu gründen oder sowas. Ich weiß nicht, das sollen andere machen. Wenn Sie das dann auch noch Bürger-OB-Verein nennen, ist das halt lustig. Und dann sind da die Fraktionsvorsitzenden drin und die Kreisvorsitzenden von lauter Parteien. Herr Schwarz. Frage, Sie sind es der einzige Objekt, der hat sich gesagt, dass wir die Wahl gehen, sondern prozentlich sind illegal, und es kommt durch die Beteiligung an, um Menschen zu begeistern und dem nicht ansprechen zu können. Das wollen wir die Kommunikation führen. dass ich gewinnen will. Ich glaube, es geht nicht darum, was ich will, sondern was die Bürgerinnen und Bürger wollen. Und wir machen ein Angebot. Und wir arbeiten, dass dieses Angebot möglichst gut ist. Und wenn die Bürgerinnen und Bürger sagen, wir wollen das, dann habe ich genug kommunalpolitische Erfahrung. Dann auch als Fraktionsvorsitzender arbeiten wir natürlich leider nicht immer relativ gut zusammen mit Herrn Petzold, mit Frau Blind, mit SPD, mit Grünen. Das kann man immer wieder sehr gut machen, die Zusammenarbeit. Da habe ich überhaupt keine Angst, dann hinterher in Verlegenheiten zu kommen, wenn die Bürger das so begeistert aufnehmen, dass dann hinterher so jemand wie ich UB wird. Aber entscheidend ist, ich habe einen Riesenspaß jetzt darauf, diesen Wahlkampf zu rocken, zu nutzen, für das, was ich beschrieben habe. Und genau, das, was wir da entwickeln, wird Grundlage hinterher auch sein. Und das wird es weiter zu entwickeln geben, wenn die Bürger das so toll finden, dass sie sagen, der soll UB werden. Ich werde nur, das werden Sie auch von jemandem hören, den Bürgerinnen und Bürgern jetzt schon sagen, Leute, ich bin nicht da, um euren Job zu machen. Die Zukunft zu gestalten dieser Stadt ist Aufgabe der Bürgerinnen und Bürger. wir, ich kann euch dabei helfen, durch die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, durch die Ideen, durch die Bereitschaft, da auch Macht abzugeben, euch Anschluss zu garantieren. Aber die Aufgabe, die Zukunft dieser Stadt zu gestalten, muss meiner Meinung nach von den Bürgerinnen und Bürgern selbst in die Hand genommen werden. Es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich oder unangenehm, dass man nicht das Glaube vom Himmel runter verspricht und dann sagt, es wird alles besser. Ich weiß nicht, das darf man nicht sagen. Wir machen, ich sage es trotzdem, wir machen, unser Anspruch ist nicht, alles besser zu machen. Vielleicht alles anders zu machen. Aber das ist auch so in den Spannungsverhältnissen. Ich bin sehr gemeingeladen der Fraktionsgemeinschaft in Berlin. Hat Sie da schon Gespräche und wie weit Sie in der Kreditatur mittragen und unterstützen im Rahmen dieses Bürgerbündnisses von den Tinssporten? Also ich bin, das war auch ein Gespräch, ich bin da richtig froh. Ich glaube, das ist genau die Vorstellung, die man dort hat, dass man aus Stuttgart 21 gelandt. So ein Bündnis, wo dann natürlich auch prominente Leute mitmachen, die das dann unterstützen, als linke Erber eben als Person im Sündnis. Das ist dort ganz gut angekommen. Gut, dann bedanken wir uns, werden Sie auf dem Laufenden halten, freuen uns, wenn Sie uns wieder Ihr Gehör schenken bei der nächsten Gelegenheit. Rechnen Sie nicht allzu früh, damit wir mit fertigen Geschichten kommen. Wir kommen jetzt erstmal in dieser Aufbaufase, wo wir eben fach drin sind. Okay, Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.